Heute befinden wir uns im Level 21 in der Welt Colorado und ich fange einfach mal an. Mein erster Zug wäre die Metallkiste, einen nach unten. Der zweite wäre dieser hier, einfach einen nach rechts. Ja, sieht sehr gut aus und jetzt könnt ihr euch aussuchen welche hier nehmen, wir nehmen die. Und schon haben wir es geschafft, im nächsten Video zeige ich euch Level 22, bis dahin haut rein. Ja, in.